guten abend liebe leute ich lade das video einfach jetzt auch gleich noch mal hoch ist zwar schon 0 uhr aber gut was soll's ich habe auf facebook ja schon gepostet heute mittag ich bin leider erst vor kurzem nach hause gekommen deswegen kann ich das video nicht eher machen ja heute mittag schon gepostet auf facebook das ist eine gtx 780 ti von asus und zwar die matrix platinum für unglaubliche 444 euro gibt ich hoffe mal eventuell habt ihr noch die chance auch eine davon zu bekommen bei facebook haben sich schon einige gemeldet die diese karte dann ebenfalls schon gekauft haben und ich aktualisiere ich hoffe es noch da es kann sein dass sie schon weg ist ich sehe sie jetzt gar nicht mehr jedenfalls das ist das ebay angebot hier steht schon fast 300 grafik karten verkauft in den letzten paar stunden das sind jetzt keine 24 stunden her also asus hat das heute erst gepostet bei facebook dass es diese grafikkarte für diesen preis gibt und ich frage mich ehrlich woher die diesen preis jetzt plötzlich nehmen oder warum die das machen weil es sind knapp 170 euro weniger oder noch 180 sogar irgendwie eins von beiden weniger als eine normale also als als der normale preis der 780 ti platinum hier und das ist auch keine schlechte grafik hat das ist sogar mit die beste version einer 780 ti die ist sehr leise und ja verdammt schnell ich kann euch auch mal ein test in der beschreibung packen falls ihr das wollt ist zwar auf englisch aber den test fand ich immer noch am besten von hardware kennex kennex oder so was wieder auch immer heißen kann ux keine ahnung ja also falls ihr noch die chance habt könnt ihr euch diese grafikkarte eventuell holen doch anscheinend gibt es die noch immer noch für 444 euro aber begrenzte stückzahl und ich weiß nicht wie lange das angebot noch hält also das wird eben nur eine kurze zeit halten so lange bis alle grafikkarten weg sind und ja das einfach so als kurze info und ich weiß nicht jetzt werdet ihr schon denken können was ich gemacht habe und zwar ja ich habe natürlich auch eine gekauft ich wollte eigentlich warten bis maxwell kommt das wäre ja so jetzt mitte september aber dieser preis war einfach so verlockend denn normalerweise kostet die eben um die 620 inklusive versand also 620 kann man so rechnen und 444 ist einfach echt ein geiler preis über 170 euro gespart und das finde 780 ti genau meine gtx 780 inklusive dem aktik kühler so die habe ich für 420 euro verkauft und wenn ihr jetzt mal guckt eine gtx 780 ganz normal die gibt es schon ab 399 jahre sagen wir ab 400 euro viel weniger wird es die nicht geben ja 400 euro also ich habe für 420 verkauft gebraucht klar inklusive arktik kühler war aber auch ein sehr guter chip also der sich super hochtacken ließ und ja die grafikkarte habe ich jetzt verkauft habt ihr im letzten video schon gesehen dass ich jetzt eine 750 ti aktuell drin habe ups das ist falsch moment wo ist mein nvidia fenster da da seht ihr es 750 ti ja und wird sagen das war ein ganz gutes geschäft hätte ich die nämlich jetzt ein paar tage später verkauft hätte ich da nicht mehr so viel bekommen nach diesem preissturz ist zwar jetzt nur für kurze zeit aber echt hammer falls ihr eine bekommen habt oder noch bekommen werdet dann auf jeden fall glückwunsch ist ein hammer kauf für den preis besser geht nicht also da kann dann auch amd nicht mehr mithalten da hatten selbst die r 990x ein schlechteres preis leistungsverhältnis denn diese etwas langsamer moment erinnern von 90x und kostet haben also denn nach ich finde mir wieder irgendwas anderes jahr an dieser corse hydro blablabla warum findet man das denn nicht habe ich irgendwas sortiert hier relevanz nach hier so da haben wir die ersten also auch so 423 hier sogar noch weniger 299 er 290 ach so okay das ist keine ex-edition ok also so 400 schätze ich mal hier so ja 410 gibt sie auch was also 400 420 sagen wir mal so inklusive versand also im grunde fast beide gleich teuer und die sie macht dies eben etwas schneller und logischerweise verbraucht die etwas weniger oder nicht verbraucht aber die nutzt etwas weniger strom und ist effizienter ja also hat nicht so ein hohes thermal design power also keine so hohe tdp und ja kann man eben kühler betreiben und lässt sich dementsprechend auch besser kühlen und leiser kühlen ja also das auf jeden fall ein super angebot selbst für Nvidia hater die immer sagen es ist zu teuer das hat mich echt überrascht das angebot deswegen nur mal kurz das video hier dazu noch und ich werde euch auf jeden fall meine neue grafikkarte dann bald präsentieren ich hoffe die kommt vielleicht morgen schon und wenn sie morgen kommt dann kriegt ihr morgen das nächste video also eine schöne nacht schönen guten abend schönen mittag schönen morgen was auch immer und dann sehen wir uns das nächste mal wieder leute ciao